Moin Moin, liebe Freunde des HSV und der Rautenperde. Hinter mir seht ihr es, der HSV hat auch sein drittes Spiel in Folge gewonnen. Und zwar mit 1 zu 0 bei Greuther Fürth. Ein Sieg, der nicht sonderlich souverän war, das muss man zugeben. Allerdings natürlich auch mit einer längeren Unterzahl nicht allzu einfach über die Runden zu bringen. Weil Toni Leistner ist mit Rot vom Platz geflogen, zu Recht. Es war eine Notbremse kurz vorm 16er, sodass es dann am Ende auch nur einen Freistoß und keinen Elfmeter gab. Insofern hat man da zumindest das Gegentor verhindert. Aber natürlich einen wichtigen Spieler. Er war heute als Interimskapitän für Tim Leibold, der ja noch verletzt ausgefallen war auf dem Platz. Man hat einen wichtigen Spieler wieder verloren für die harte Woche von drei Spielen in sechs Tagen. Denn am Mittwoch geht es schon wieder weiter. Am Mittwoch kommt es der FC Erzgebirge Aue ins Volksparkstadion. Da wird Toni Leistner dann fehlen und der HSV muss darauf hoffen, dass Stefan Ambrosius und Tim Leibold bis dahin wieder fit sind. Dass sie bis dahin wieder spielen können, damit man hinten wieder Alternativen hat. Denn heute, das wurde deutlich in diesem Spiel, bei diesem 1-0-Sieg hatte man am Ende tatsächlich das Gefühl, dass diese Viererkette so uneingespielt war, dass es tatsächlich Sorgen bereiten muss. Denn ganz oft war es tatsächlich nur ein Fuß, ein Bein oder vielleicht dann auch die Entscheidung des Schiedsrichters auf Handspiel, die dafür gesorgt hat, dass der HSV hier keinen Gegentreffer kassiert hat. Und natürlich, und damit kommen wir natürlich zu einem der großen Themen dieses Spiels, Sven Ulreich im Tor des HSV. Er hat heute das erste Mal im Kasten gestanden. Er hat gleich zu Null gespielt. Er wird es sehr, sehr positiv mitnehmen, natürlich für sich und für die Mannschaft. Und die Mannschaft wirkte auch so, als ob sie vielleicht ein wenig mehr Vertrauen in ihn hat, als noch zuvor in den letzten Monaten, wo man dann in der vergangenen Saison ja in der Schlussphase immer wieder späte Gegentreffer kassiert hat. Dieses Mal scheint es anders zu sein. Und das ist für mich so der größte positive Aspekt dieses Spiels, dass der HSV es schafft, knappe Führung dann am Ende auch über die Runden zu kriegen. Und dieses 1 zu 0, wie man es heute über die Runden bekommen hat, wirklich mit, wie gesagt, letzten kleinen Aktionen, wo man gerade noch ein Bein dazwischen bekommen hat, wo man sich mit allem, was man hatte, dazwischen geschmissen hat. Das hat tatsächlich ein wenig Hoffnung gemacht, dass man wieder mehr an sich glaubt beim HSV. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch darüber reden, was der HSV heute nach vorne gemacht hat. Denn das war viel zu wenig. Es gab eine richtig schöne Aktion und das war der Pass von Terodde auf Narei, der zum 1 zu 0 auch führte dann am Ende. Das war aber auch wirklich die einzige, wirklich richtig gute Aktion nach vorne des HSV in dem gesamten Spiel. Insofern verstehe ich auch, weswegen der vierte Trainer und vor allem natürlich auch die Spieler nach dem Spiel auf dem Platz ein wenig konsterniert wirkten, ob der Niederlage und sich gefragt haben werden, warum und wie haben wir dieses Spiel überhaupt verloren. Ja, weil der HSV eben diesen einen Moment hatte, diesen einen genialen Pass von Terodde. Das geniale Überlegen von Narei, der den Ball wirklich schön am Torwart vorbei ins Tor schippte. Ein Ex-Vierter zu Hause macht das 1 zu 0 für den HSV. Er hat auf den Jubel verzichtet. Kann man machen, muss man meiner Meinung nach nicht mehr, aber hat er gemacht. Insofern war es am Ende dann die Mannschaft, die im Kollektiv am meisten jubeln durfte. Denn man ist wieder Tabellenführer. Man hat tatsächlich mit diesem 1 zu 0 die Tabellenführung zumindest bis morgen erst einmal wieder erknommen. Man hat sie wieder zurückgeholt und hat jetzt am Mittwoch dann sogar die Gelegenheit, diese Tabellenführung noch ein wenig auszubauen, wenn es denn gegen den FC Erzgebirge Aue hier im Volksfachsteigen gut geht. Bis dahin allerdings, und das habe ich ja eben schon einmal gesagt, muss man sich noch massiv steigern. Man muss hinten stabiler werden im Defensivverbund in der Viererkette. Man muss auch im Zentrum, im Mittelfeldzentrum, wo Onana heute keinen guten Tag hatte, wo Aaron Hunt heute defensiv zwar viel mitgemacht hat, aber auch oft zu weit vom Mann weg stand, man muss einfach insgesamt wieder näher am Gegner dran sein. Man muss einfach wieder kompakter verteidigen, denn da wurden heute einfach zu viele Räume gelassen. Und ich befürchte, dass das nicht jedes Mal so gut gehen kann wie heute in Fürth. Fürth, wie gesagt, bekannt dafür, bislang auch nicht allzu oft das Tor zu treffen oder einfach Probleme im Abschluss zu haben. War heute vielleicht ein guter Gegner, aber wie gesagt, wenn man Spiele gewinnt und im Nachgang dann eine ganze Menge Themen hat, die man besprechen kann, die man noch besser machen muss, dann sind es doch eigentlich die schönsten Siege. Und so nehme ich es heute einfach auch mal mit. Es war ein Sieg, der zwar nicht souverän war, aber einer, der einen besonders freut. Denn der HSV erlernt dazu, ganz offensichtlich in der Schlussphase. Also, Tabellenführer 1-0, Mund abwischen. Am Mittwoch geht es weiter. Wir müssen einmal abhaken, das ganze Thema, hoffen darauf, dass Jeremy Dudziak nicht zu schlimm verletzt ist. Er ist in der ersten Halbzeit schon ausgewechselt worden, mit einem Verdacht auf Schulter ausgekugelt. Ich weiß nicht genau, was da jetzt am Ende tatsächlich rumgekommen ist. Er saß in der zweiten Halbzeit schon wieder auf der Tribüne, also er musste zumindest nicht ins Krankenhaus. Hoffen wir einfach mal darauf, dass es nicht zu schlimm ist und dass er dann schon bald wieder dabei sein kann. Zu rechnen ist nicht damit, aber wir hoffen es. Also, euch allen einen schönen Abend und wie gesagt, nehmt einfach die Tabellenführung als großes Plus mit. Guckt sie euch häufiger noch mal an. Wir sind dann am Mittwoch wieder dabei, wenn es darum geht, dass wir denn gegen den FC Erzgebirge auch diese Tabellenführung ausbauen. Und wenn ihr Lust habt, immer dabei zu sein, abonniert uns gerne. Dann werdet ihr immer auf dem Stand gehalten, auf dem laufenden Stand gehalten. Und seid dann bei jeder Sendung und bei jedem Auftritt von uns dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao.